Dena, du Fuchs. Oh, da steht jetzt so Hure so hin. Ey, ich hab nichts Schlimmes geschrieben. F. Dena, du Fuchs. Oh mein Gott, Dena, du Hure. Oh, Junge, du musst meinen Stream anschauen und zurückspulen, damit du das verstehst. Ich hab wirklich nichts Schlimmes geschrieben. Aber Dena, hast du den Chat gelesen? Hast du den Chat gelesen? Ja, ja, ich hab's gesehen. Ich hab den Stream nachgeguckt. Hast du gesehen, was ich geschrieben hab? Dena, du Fuchs. Dena, du Fuchs. Und dann steht da die ganze Zeit, du Hurensohn. Wenn ihr Fuchs schreibt in den Chat, dann kommt einfach nur HS raus, Hurensohn. Ach so. Ich wollte ganz kurz sagen, ich war immer unmute und hatte gesagt, ey, Chat, gib mir mal einen Hinweis. Ich sag das immer, um meinen Chat zu schreiben. Sie warencasting. Jimport.